Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, den wir heute Morgen im Interview mit Renate Künast und Johannes Fechner schon erörtert haben. Offiziell heißt das ganz Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, aber es geht im Kern um Hasskommentare im Internet. Es geht um Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen, Volksverhetzung. Es geht auch um Lügen, erfundene Nachrichten und vorgetäuschte Straftaten. Da soll denen, die betroffen sind, ein erheblich besseres Instrumentarium als bisher an die Hand gegeben werden. Der Einfluss soll auf das Löschen solcher Nachrichten größer werden. Sie sollen auch schneller gelöscht werden, als das bisher häufig der Fall gewesen ist. Und es gibt einiges an Kritik an diesem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Maas, der ihn jetzt noch einmal vorstellt. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen die furchtbaren Beispiele von Mordaufrufen, Bedrohungen und hasserfüllten Postings, die es auf den sogenannten sozialen Netzwerken gibt. Wenn sich dann aber Nutzer bei ihren Plattformbetreibern beschweren, bekommen viele zu oft die Antwort, das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards und deshalb wird es nicht gelöscht. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, kennen auch aus eigener Erfahrung Beleidigungen und Bedrohungen im Netz. Wir alle sind es gewohnt, im Kreuzfeuer von Debatten zu stehen, und wir werden im Übrigen auch gut beschützt. Aber ich mache mir vielmehr Sorgen um all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die ansonsten im Netz unterwegs sind. Um den freiwilligen Flüchtlingshelfer, der beleidigt und eingeschüchtert wird. Um die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die beschimpft und bedroht werden. Um die Jugendlichen, die im Netz in krimineller Weise gemobbt werden. Hasskriminalität beschädigt unser Zusammenleben, unsere Debattenkultur und letztlich auch die Meinungsfreiheit. Und wenn strafbare Bedrohungen und Einschüchterungen im Internet nicht entfernt werden, dann werden sich viele Bürgerinnen und Bürger aus der Online-Diskussion zurückziehen. Und zur Klarstellung. Es geht bei unserem Gesetz darum, dass Äußerungen, die gegen Strafgesetze verstoßen, aus dem Netz gelöscht werden. Es geht um Mordaufrufe. Es geht um Aufrufe, Flüchtlingsheime anzuzünden oder andere Gewalttaten zu begehen. Es geht um Bedrohungen und Beleidigungen. Es geht um Volksverhetzung oder es geht um die Auschwitz-Lüge. Kurzum, es geht um Straftaten. Es geht um Äußerungen, die nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, sondern die ganz einfach strafbar sind. All solche Äußerungen sind kein Ausdruck der Meinungsfreiheit, sondern sie sind ganz im Gegenteil Angriffe auf die Meinungsfreiheit. Damit sollen Andersdenkende eingeschüchtert werden. Sie wollen mundtot gemacht werden. Und damit soll eine rhetorische Dominanz und ein Klima der Angst geschaffen werden. Wir müssen uns und wir wollen uns mit diesem Gesetz auch um die Meinungsfreiheit derer kümmern, die schon längst mundtot gemacht worden sind im Internet. Und das soll nicht so bleiben. Die größte Gefahr für die Meinungsfreiheit, das ist ein Zustand, in dem ohne Konsequenzen bedroht, beleidigt und eingeschüchtert werden darf. Und dieser Hass und diese Hetze im Netz sind deshalb die wahren Feinde der Meinungsfreiheit. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass wir mit diesen Regelungen im Gesetz in einem grundrechtssensiblen Bereich sind. Und deshalb ist es nicht unerwartet, dass viel über dieses Gesetz diskutiert wird und dass es auch Kritik gibt. Und mit der will ich mich mal auseinandersetzen. Da wird der Vorwurf erhoben, wir würden die Rechtsdurchsetzung auf Private verlagern. Hierzu kann ich nur sagen, wir verlagern gar nichts. Wir sorgen vielmehr durch Compliance-Regeln dafür, dass bereits bestehende Verpflichtungen der sozialen Netzwerke endlich auch eingehalten werden. Bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts, der E-Commerce-Richtlinie, Wir dürfen soziale Netzwerke nach einer konkreten Beschwerde strafbare Inhalte nicht ignorieren, sondern sie müssen handeln. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie sich auch nicht mehr auf ihre Haftungsprivileg beziehen. Und das hat Konsequenzen zur Folge. Und deshalb wundert mich dieser Punkt der Kritik ganz besonders, weil das mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun hat. Denn das sind Regelungen, die es längst schon gibt. Sie stehen in der E-Commerce-Richtlinie und bei uns im Telemediengesetz. Wer sich darüber aufregt, der müsste sich darüber aufregen, hätte sich in den letzten Jahren schon darüber aufregen müssen. Aber mit diesem Gesetz hat damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Der Maßstab dafür, was erlaubt ist und was nicht, den legt nicht Facebook oder irgendein anderes soziales Netzwerk fest. Der Maßstab, das bleiben einzig und allein die Strafgesetze und die Gerichte, die auch nach diesem Gesetz darüber entscheiden, was strafbar ist oder nicht. Meine Damen und Herren, in der Diskussion und in Stellungnahmen, die es gegeben hat, wird auch die Gefahr beschworen, dieser Gesetzesentwurf könnte das sogenannte Overblocking fördern. Das heißt, dass die Plattformbetreiber einfach alles löschen, nur damit sie einer einzelnen Geldbuße entgehen können. Das kann nur ein Missverständnis sein. Oder es ist gewollt, dass man das nicht versteht. Die Bußgelder, die der Gesetzesentwurf vorsieht, drohen einem Unternehmen überhaupt nicht, wenn es einen einzelnen Tweet oder Kommentar nicht gelöscht hat. Es geht gar nicht um Einzelfälle. Bußgelder drohen nur dann, wenn es ein systematisches Versagen der Netzwerke gibt, wenn also überhaupt kein effektives Beschwerde- oder Löschungsverfahren besteht. Außerdem werden auch nur schuldhafte Verstöße geahndet. Wenn die Strafbarkeit eines Posts nicht erkennbar ist, dann wird das auch nicht zu einem Bußgeld führen können. Und im Übrigen auch zu diesem Thema, auch das verstehe ich überhaupt nicht, das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke beruht doch gerade darauf, möglichst viel zu kommunizieren. Schon aus wirtschaftlichen Interessen werden Sie deshalb das alles sehr genau prüfen. Die bisherige Praxis, die zeigt jedoch das Gegenteil. Es wird nicht zu viel gelöscht, sondern es wird leider viel zu wenig gelöscht. Und wenn ein Unternehmen wie Facebook gerade vermeldet, dass man den Gewinn verdoppelt hat, meine Damen und Herren, ich sehe gar nicht ein, dass Straftaten im Netz stehen bleiben sollen, damit Facebook und Co. kein zusätzliches Geld ausgeben müssen, das dafür gebraucht würde, Mordaufrufe aus ihren Seiten zu tilgen. Deshalb glaube ich, wir stehen heute an einem Scheideweg. Nehmen wir weiterhin, dass die digitale Revolution den Rechtsstaat und unsere demokratische Kultur massiv infrage stellen kann? Oder machen wir endlich ernst mit dem Anspruch, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist, dass auch online nicht erlaubt ist, was offline verboten ist? Meine Damen und Herren, das Recht ist der Garant unserer Freiheit, auch der Meinungsfreiheit. Sorgen wir dafür, dass das auch endlich im Netz von allem beachtet wird. Sorgen wir endlich dafür, dass Mordaufrufe, Volksverhetzung und Bedrohung so schnell wie möglich aus dem Internet verschwinden. Nur dann bleibt die Meinungsfreiheit für alle wirklich gesichert. Schönen Dank. Petra Sitte erhält nun das Wort für die Fraktion Die Linke. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, so wie ein Zitronenfalter halt keine Zitronen faltet, setzt ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz eben auch keine Netzwerke durch. So viel ist schon mal klar. Die Frage aber, was hier tatsächlich durchgesetzt wird, von wem und wem gegenüber, sollten wir an dieser Stelle schon mal im Hinterkopf behalten. Wie wir schon hören konnten, soll es um Durchsetzung von Recht und Gesetz gegenüber den großen sozialen Netzwerken gehen. Das ist, so viel sei hier vorausgeschickt, ein durchaus berechtigtes Anliegen. Facebook, Twitter und Co. haben sich in der Vergangenheit oft genug viel zu wenig kooperativ gezeigt, insbesondere dann, wenn es um die Bekämpfung von rechtswidriger Hassrede ging, um Hetze und Belästigung. Aber der jetzt eingebrachte Gesetzentwurf, das wissen wir schon jetzt, wird neue Probleme schaffen. Und das vor allem deshalb, weil er die Durchsetzung am Ende ja doch wiederum in Hände legt, in die sie nicht gehören. Darüber sind wir uns ja mit Sicherheit einig. Denn die Herausforderung, vor der wir hier stehen, ist ja die, eine kleine Anzahl großer kommerzieller Plattformen monopolisieren eine Form der Kommunikation, die wir aus unserem Leben nicht mehr wegdenken wollen. Das führt dann dazu, dass elementare Regeln über Inhalte nicht mehr gesellschaftlich ausgehandelt, sondern einseitig in Privatunternehmen festgelegt werden. Zum Beispiel die berüchtigten Gemeinschaftsstandards von Facebook, die ein größeres Problem, ganz offensichtlich mit weiblichem Brustwarzen, als mit Nazi-Propaganda zu haben scheinen. Und auf diese beziehungsweise ähnliche Herausforderung brauchen wir in der Tat auch eine ordnungspolitische Antwort. Eine ausführliche Berichtspflicht für die sozialen Netzwerke und Bußgeld bewährte Vorgaben für die Beschwerdebearbeitung sind da auch durchaus keine falschen Ansätze. Aber das Problem mit den Vorgaben, die Sie hier machen, ist, dass die Plattformen selbst die rechtliche Einordnung überantwortet bekommen. Das ist keine Durchsetzung gegenüber den Netzwerken, sondern durch die Netzwerke. Denn eine Plattform wird dann innerhalb kürzester Zeit selbst entscheiden müssen, ob ein Inhalt rechtswidrig ist. Das kann aber durchaus auch eine komplizierte Abwägungsfrage sein. Und wenn die unterlassene Löschung sanktioniert wird, ein zu Unrecht gelöschter Inhalt dann aber nicht, dann kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, wohin das führen wird. Dann werden eben auch legale Inhalte im großen Stil gelöscht werden. Und auch bei Plattformen, die ein faktisches Monopol innehaben, kann uns das eben ganz und gar nicht egal sein. Und wir haben andere Fälle sogenannter Kollateralschäden ja längst erlebt. Dazu kommt eine neue Verpflichtung im Telemediengesetz, Bestandsdaten auch bei zivilrechtlichen Ansprüchen herauszugeben. Das war bislang nicht der Fall. Und so eröffnet man nicht nur der Abmahnindustrie ein neues Betätigungsfeld. Bei der Bekämpfung von Hate Speech könnte das sogar nach hinten losgehen. Viel Fantasie gehört nämlich nicht dazu, sich vorzustellen, dass derartige Möglichkeiten auch zur Einschüchterung, wie Sie es ja selbst gesagt haben, missbraucht werden, etwa gegen den Aktivismus, gegen Rechtsextreme. Insgesamt merkt man dem Gesetz sehr wohl die Temperatur der beim Stricken verwendeten Nadeln deutlich an. Die Aufzählung der Straftatbestände mutet willkürlich an. Zuletzt wurde sie etwa noch um die Verbreitung pornografischer Schriften erweitert, obwohl die Zielsetzung angeblich die Bekämpfung von Hasskriminalität ist. Infolgedessen dürfen wir nun der mit heißen Nadeln gestrickten und notdürftig gepflegten Begründung des Gesetzes, die durchaus interessante Informationen entnehmen, dass der Grund für die Wahl des Anwendungsbereiches des Gesetzes der Anwendungsbereich des Gesetzes sei. Und welche Plattformen nun konkret vom Gesetz betroffen sein werden, ausweislich des Entwurfs sollen es ja etwa zehn sein, kann uns die Bundesregierung auch auf direkte Frage nicht mitteilen. Einige Stimmen sehen auch verfassungs- und europabrechtliche Probleme. Ob nun zu Recht oder nicht, es ist jedenfalls schwer zu glauben, dass die Vereinbarkeit mit angemessener Gründlichkeit geprüft wurde. Es ist der Bedeutung des Themas aber eben nicht angemessen, hier auf den letzten Metern der Wahlperiode ein eilig heruntergeschriebenes Gesetz vorzulegen, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, vor allem dann, wenn es in seinen Konsequenten so offensichtlich wenig bedacht wurde. Nicht ohne Grund, meine Damen und Herren, hat sich doch ein breites Bündnis von Bitkom bis zur Amadeu-Stiftung, das ist ja nun nicht so die klassische Kombination, gebildet, die eine Deklaration der Meinungsfreiheit vertreten und die sich ausdrücklich gegen diesen Gesetzentwurf ausgesprochen haben und die Einrichtung eines runden Tisches fordern. Die Koalition wäre also durchaus gut beraten, die Kritik ernst zu nehmen und sich auf eine umfassendere Diskussion einzulassen. Denn wenn die Debatte, die wir gerade haben, auch daran krankt, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gewissermaßen als Allheilmittel gegen Hate Speech und Fake News verkauft wird, dann machen wir ja wieder genau das Problem, dass die Leute glauben, es wird etwas gelöst durch Politik. Aber im Leben stellt es sich dann und in der Praxis völlig anders dar. Das kann nicht sein. Selbst wenn alle von mir im Gesetz vorgetragenen Punkte bzw. unsere Kritik an diesem Gesetz umgesetzt worden wären, dann haben wir es trotzdem mit einer breiten gesellschaftlichen Debatte zu tun und mit breiten gesellschaftlichen Problemen, wie Kommunikation, wie die Kultur der Kommunikation in diesem Land gestaltet werden kann. Und diese lassen sich eben nicht einfach mit besserer Durchsetzung des Strafrechtes lösen. Ebenso wenig auch nicht mit einer Ausweitung des Strafrechtes an dieser Stelle. Ich bezweifle zum Beispiel, dass der Begriff Fake News sich rechtlich sauber definieren lässt. Ich bezweifle, dass sich das alles völlig zu Recht als Hate Speech verurteilt werden kann und sich dann am Ende auch rechtlich sanktionieren lässt. Das ändert nichts daran, dass wir als Gesellschaft diese Probleme adressieren müssen. Da haben Sie ja völlig recht, Herr Maas, diese Debatte muss geführt werden. Und politisch müssen wir uns noch mit weit mehr als Rechtsdurchsetzung befassen. Da geht es eben auch um die Fragen der Medienkompetenz. Da geht es um politische Bildung. Da geht es um zivilgesellschaftliches Engagement. Da geht es um die Strukturkrise des Journalismus. Oder um Geldflüsse über Werbenetzwerke. Und ganz grundsätzlich natürlich um den ordnungspolitischen Umgang mit der neuen Plattformwirtschaft. Diese Diskussion muss in der Breite geführt werden. Und dafür sollten wir uns in der kommenden Wahlperiode die Zeit nehmen. Dieses Gesetz in der vorliegenden Form zu verabschieden, halten wir für einen Fehler. Ein noch größerer Fehler wäre es, nur das zu tun und zu glauben, das Problem sei damit weitestgehend gelöst. Mitnichten. Danke. Wer darf in Zukunft welche Internetinhalte löschen oder wer muss es sogar? Darüber diskutiert der Bundestag. Und da gibt es nicht nur Uneinigkeit zwischen Koalition und Opposition, sondern auch innerhalb der Koalition. Und deswegen sind wir jetzt gespannt auf Elisabeth Winkelmeier-Becker aus der Unionsfraktion, was sie zum Gesetzentwurf von Heiko Maas sagt. Meine Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im digitalen Zeitalter kann jeder ganz einfach mit seinem Smartphone die ganze Weltöffentlichkeit erreichen. Er kann seinen Hass, seine Hetze gegen Andersdenkende, gegen Anderslebende, Andersglaubende, politische Minderheiten in die ganze Welt hinauspusten. Er kann jedem einen Tod an den Hals wünschen. Er kann Vergleiche mit niederen Tieren andichten. Er kann sich mit seinen zarten Brüsten wie zuletzt der Kindermörder aus Herne. Oder er kann sich auch an seinem Arzt rächen, dem er vielleicht auf einer Plattform zur Bewertung von Ärzten etwas einstellt, was nicht der Wahrheit entspricht. Und damit müssen die Betroffenen umgehen. Was das machen kann mit Ihnen, das hat diese Woche auch eine Studie zum Cybermobbing dargelegt, worunter Jugendliche zum Beispiel extrem leiden. Trotzdem ist man dem ausgeliefert. Und man ist in seinen Grundrechten, in seinem Persönlichkeitsrecht zutiefst verletzt und betroffen. Auf der anderen Seite, Facebook löscht Einträge. Zum Beispiel den Text des früheren Radiomoderators Domian, der sich mal kritisch zur katholischen Kirche geäußert hatte. Passte Facebook nicht. Oder die ganze Seite des Islamkritikers Imad Karim. Weg. Mittlerweile wieder da, aber zunächst mal gelöscht von Facebook. Zwei Beispiele, in denen die Nutzer dieser Plattform in ihren Grundrechten betroffen sind, aber wo hier Grundrechte auch aufeinandertreffen. Auf der einen Seite das Grundrecht der Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite das Grundrecht auf Schutz der Persönlichkeit. Und das in einer Anzahl, die es sehr schwer bis unmöglich macht, das alles in der Gründlichkeit des einzelnen individuellen Gerichtsverfahrens zu klären. In vielen Fällen sind die Dinge eindeutig. Da werden wir uns alle ganz schnell einig hier. Aber es gibt eben auch ein paar Fälle, wo es schwierig ist, das abzugrenzen. Und das alles vor dem Hintergrund das Eile geboten ist. Denn jeder Post wird schnell weitergeklickt, gespeichert und ist uneinholbar in der Welt. Also eine ziemlich schwierige Ausgangskonstellation, in der Grundrechte auf beiden Seiten konträr gegenüberstehen. Für uns ist klar, hier besteht Handlungsbedarf. Das, was sich im Moment an Hass und Hetze im Netz abspielt, das ist unerträglich. Und das müssen wir unbedingt bekämpfen und eindämmen. Und Ausgangspunkt ist die große Zahl eindeutig rechtswidriger Äußerungen im Netz. Wir haben hier jetzt einen Vorschlag vorliegen, der ein Beschwerdemanagement vorsieht. Der im Übrigen an der materiellen Rechtslage nichts ändert. Was zur Meinungsfreiheit gehört, was man sagen darf und wo die Grenze überschritten ist. Und in dieser bewusst weiten Grenze, die Deutschland der Meinungsfreiheit eben auch einräumt, oder die bewusst weiter rahmen, den wir in Bezug auch auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit dem einräumen, ist überhaupt nichts zu ändern. Trotzdem ist aber auch jetzt schon klar, dass Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt gilt, sondern dass man auch Grenzen hat, wenn nämlich dann, wenn es um eine strafbare Beleidigung geht, wenn es um Verleumdung geht, wenn es um Volksverhetzung geht. All das wird durch dieses Gesetz hier nicht geändert. Und noch etwas anders wird nicht geändert. Auch jetzt ist schon die Plattform, die dazu eben die Möglichkeit bietet, mitverantwortlich für die Rechtsverletzungen, die dort passieren. Das sind Grundsätze der Störerhaftung des deutschen Zivilrechts. Und das gilt zum Beispiel für Zeitungen. Auch die müssen bereits jetzt schon prüfen, ob Texte, redaktionelle Texte, Leserbriefe, diesen Maßstäben gerecht werden. Sonst dürfen sie auch in der Zeitung nicht veröffentlicht werden. Auch an dieser Stelle haben wir also schon ein Prüfungsrecht, eine Prüfungspflicht durch eine private Stelle durch die Zeitung. Was hier in der analogen Welt gilt, das muss nun auch übertragen werden in die digitale Welt. Leider ist es so, dass viele Internetplattformen dem nicht nachkommen. Wir haben ja Zahlen. Bei Facebook waren es nur 46 Prozent, bei Twitter sogar nur 1 Prozent von Meldungen, die eindeutig kritikwürdig waren und dann aber nicht entsprechend reagiert wurde darauf. Es beginnt schon damit, dass die Betroffenen dann keine zustellungsfähige Adresse finden. Und dann, wenn es sogar gemeldet werden kann, passiert lange Zeit gar nichts. Das können wir so nicht stehen lassen. Leider haben wir hier schon sehr viel Zeit mit runden Tischen verbracht, mit freiwilligen Appellen, die nichts gebracht haben. Leider stehen wir jetzt hier unter einem erheblichen Zeitdruck, gegen Ende der Legislaturperiode noch etwas Vernünftiges auf die Beine zu bekommen, das auch noch abzustimmen mit dem Notifizierungsverfahren in Brüssel. Und da hätten wir uns sicherlich einen großen Gefallen getan, das deutlich früher in Angriff zu nehmen. Es ist leider nicht früher dieser Vorschlag aus dem Ministerium gekommen. Wir haben nun einen Vorschlag, der eine schnelle Prüfung verlangt, innerhalb von 24 Stunden, muss reagiert werden, bei schwierigen Fällen innerhalb von einer Woche. Das alles unter der Aufsicht des Bundesamts für Justiz. Dass aber nur das Verfahren prüft, muss man hier auch noch mal klarstellen, und hier gibt es keine inhaltliche Kontrolle. Wenn ein Bußgeld dann auf die Behauptung der Rechtswidrigkeit gestützt werden soll, dann brauchen wir ein Vorentscheidungsverfahren bei Gericht, das dann mit der entsprechenden Expertise und Legitimation entscheidet. Nun gibt es von beiden Seiten ja schon heftige Kritik. Im Bundesrat gibt es schon eine Initiative, die das Gesetz verschärfen will, aus dem Lande Bremen. Im Rechtsausschuss des Bundesrates haben auch alle Länder zugestimmt, dass vor allem der Anwendungsbereich noch weiter wird, wenn es zum Beispiel um kompromittierende Bilder geht, wenn es um Aufruf zu erheblichen Straftaten geht. Das ist ja bisher noch gar nicht erfasst. Außer Bayern und Sachsen haben alle zugestimmt, also auch alle Parteien sozusagen sind dabei vertreten, hier zu fordern, dass wir das Gesetz auch noch verschärfen. Auf der anderen Seite gibt es die heftige Kritik mit der Sorge, dass hier eine Zensur stattfände. Dann besonders schön gibt es auch diejenigen, die zuerst gesagt haben, es kommt viel zu spät, es ist viel zu lasch, und jetzt aber sagen, sich um 180 Grad gewendet haben und nun von angeblicher Zensur sprechen. Da muss man sagen, man kann eben nicht beides haben. Wir müssen uns aber die Kritik nun wirklich von beiden Seiten ehrlich anschauen und schauen, wie wir das auch noch aufnehmen können. Was können wir noch verbessern? Und ein guter Ausweg könnte sein, in diese Kontrolle weniger Einfluss des Unternehmens selbst zu bringen, weniger Staat einzubringen, mehr pluralistisch organisierte Selbstkontrolle einzubringen. Ich glaube, der Vorschlag ist ja schon gemacht worden. Es würde sich lohnen, hier mal das Verfahren der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft anzuschauen, bei der Freigabe der Alterseinstufung zum Jugendschutz. Ein solches Verfahren könnte mehr Akzeptanz und mehr Vertrauen der Betroffenen auf beiden Seiten ermöglichen. Wenn das ein Weg ist, sollten wir diese Chance nutzen. Ich möchte nur noch kurz einen weiteren Punkt ansprechen. Wir brauchen dann, wenn die weiten Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten worden sind, auch Möglichkeiten, die persönliche Verantwortlichkeit des Urhebers von Hass und Hetze durchzusetzen. Dafür brauchen wir einen Auskunftsanspruch, die Möglichkeit, die Identität gegenüber dem Plattformbetreiber aufzudecken. Hier ist jetzt eine Rechtsgrundlage vorgesehen, dass der Plattformbetreiber das herausgeben darf. Wir müssen aber noch einen Schritt weitergeben und den Auskunftsanspruch, den die Rechtsprechung bisher nur aufgrund von Treuern und Glauben gibt, hier ganz klar normieren und regeln. Es geht nicht um die Abschaffung von Anonymität und Pseudonomität. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass wir uns im freien Austausch der Meinungen auch mit offenem Visier begegnen sollten. Jedenfalls muss aber Anonymität dann ein Ende haben, eine Grenze haben, wenn es um krasse Rechtsverletzungen geht. Dann müssen die Opfer die Möglichkeit haben, diese Daten zu bekommen. Sonst sind sie letztendlich schutzlos gestellt. Das kann nicht das Ergebnis sein. Gerade der Schutzmantel der Anonymität hat auch oft dazu beigetragen, dass die Hemmschwelle für Hass und Hetze so gesunken ist im Netz. Das Wissen, dass das im Fall des Falles auch mal aufgehoben werden kann, kann da schon heilsam wirken. Wie gesagt, es ist schade, dass wir erst so spät in diese Beratungen hineingehen. Ich denke aber, wir müssen da mit der notwendigen Gründlichkeit herangehen, weil es die Sache wert ist. Wir müssen den Opfern helfen, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das hört man in der Regel aus den Reihen der Opposition, wenn es um Gesetzesentwürfe und Gesetzesvorhaben geht. Diesmal kommt es direkt aus der Koalition und möglicherweise auch jetzt von Konstantin von Notz, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Grünen. Ich zitiere, Heilkanacke, es wird Zeit, dass Auschwitz, Buchenwald und andere den Betrieb wieder aufnehmen. Da gehört ihr Dreckstürken nämlich hin, ab durch den Schornstein. Zitat Ende. Den Rest dieses Zitats erspare ich diesem Hohen Haus. Solch hasserfüllte Kommentare fallen eben nicht nur auf der Straße heutzutage, sondern eben auch im Netz. Das eben Zitierte galt unserem Kollegen Jean Moutlou. Aber genauso wie er werden täglich viele Menschen in diesem Land unerträglich beleidigt, bedroht und verleumdet. Solche krassen Rechtsverletzungen sind nicht nur eine Zumutung für die Betroffenen. Sie sind hunderttausendfach ausgesprochen, gepostet und geteilt. Auch eine gravierende Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie, wenn sie folgenlos bleiben. Und es verbindet uns hier alle, dass wir das nicht hinnehmen wollen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Aber, Herr Größe-Brömer, Herr Maas, diese Eintracht, das geht doch nicht, Herr Maas, indem Sie eine ganze Legislaturperiode nichts tun, talken, aussitzen und dann hier in der letzten Kurve dieser Legislatur mit so einem Wüstengesetz um die Ecke kommen. Da kann man gleich mal gehen, genau. Sie legen hier heute etwas vor, was die Probleme nicht löst. Sie schaffen viele neue Probleme. Und das ist jetzt nicht die krude Oppositionsmeinung, sondern es sagen Ihnen der Deutsche Richterbund, aus der Wirtschaft, die Journalistenverbände, die NGOs. Die Kritik ist so selten einhellig und breit wie in diesem Fall Ihr Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Herr Kauder und Herr Maas. Sie ist selbst eine Gefahr für die Meinungsfreiheit in unserer freiheitlichen Demokratie, meine Damen und Herren. Zitat, Zitat. Das ist ein Schnellschuss. Das Justizministerium agiert hier nicht als Wahrer der Bürgerrechte, sondern verbietet, was es nicht versteht. Wer hat es gesagt? Die Staatssekretärin Dorothee Bär. Thomas Jatzombeck, Thomas Jatzombeck, ich komme gleich zum Kollegen Klingbeil, Thomas Jatzombeck beklagt zu Recht, dass dieser Entwurf viele zweifeln lässt, wie es Herr Maas denn nun mit der Meinungsfreiheit hält. Er sagt, Zitat, das Ergebnis ist leider kein Belegstück für gute Handwerkskunst, substanzielle Teile fehlen, wie etwa die Kennzeichnungsschlicht für Social Bots. Zitat Ende. Und der geschätzte Kollege Klingbeil sagt zu diesem Gesetz, eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung darf es nicht geben. Und Recht hat er, meine Damen und Herren. Und so was, Herr Maas, kommt raus. So was kommt raus, wenn man noch nicht mal die Stellungnahmen abwartet, noch nicht mal die Stellungnahmen abwartet, sondern das Ganze in einem Facebook-Stream, es ist ja unfassbar, raushaut und verkündet, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen die großen Anbieter hart in die Pflicht nehmen, aber wir dürfen sie eben nicht in eine Richterrolle drängen. Es ist eben nicht egal, ob zu viel oder zu wenig gelöscht wird. Es braucht klare Regeln und Sanktionen für ein rasches, aber eben auch sorgfältiges Verfahren. Und schwierige Fälle, Herr Maas, gehören eben, wie im analogen Leben am Ende, vor Gericht geklärt. Bei dem Entwurf, den Sie hier vorlegen, kann jeder zu Facebook gehen, um von einer missliebigen Person die Identität zu erfahren, Frau Kollegin Winkelmann-Becker. Da haben Sie noch nicht mal einen ordentlichen Richtervorbehalt vorgesehen. Hier droht nicht nur ein schleichender Zensureffekt, sondern auch die digitale Bloßstellung und Gefährdung, übrigens auch für alle Kritikerinnen und Kritiker von der AfD und Erdogan. Auch die sind von dieser Auskunftspflicht berührt, und das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Schließlich, wir brauchen ein effektives und verhältnismäßiges Notice and Take Down, das die Meinungsfreiheit achtet. Unsere Justiz kann das, wir müssen sie dafür stark machen. Und wir müssen uns mit den sozialen, Medien und gesellschaftspolitischen Ursachen für Hate und Fake auseinandersetzen. Unsere Zivilgesellschaft kann das, wir müssen sie aber einbinden. Beides tun Sie nicht, und das ist zu wenig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Konstantin von Notz für Bündnis 90 Grüne in dieser ersten Beratung eines Gesetzes. Dass Hasskommentare im Internet ja eigentlich unterbinden soll, aber vor allem auch härter sanktionieren. Jetzt Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Zu den positiven Errungenschaften des Internets gehört, dass Millionen Menschen miteinander in Kontakt treten können. Aber die Schattenseite ist es, dass es auch unendlich viele Möglichkeiten gibt, Hassbotschaften, Beleidigungen und Straftaten millionenfach zu verbreiten. Und weil es so unendlich schwierig ist, nach der heutigen Rechtslage gegen diese Hassbotschaften im Netz vorzugehen, deswegen brauchen wir eine Regulierung. Soziale Netzwerke dürfen kein rechtsfreier Raum sein, in dem gemobbt, beleidigt wird oder Straftaten oder gar zum Tode aufgerufen wird. Auch in sozialen Netzwerken muss Recht und Gesetz gelten. Und dem dient dieses Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon komisch, Herr von Notz, dass Sie sagen, die Bundesregierung würde jetzt erst auf den letzten Drücker kommen. Selber stellen Sie den Antrag aber erst im April 2017. Und wenn ich mir den Antrag anschaue, dann ist es einmal mehr so, dann ist es einmal mehr so, dass Sie keinen konkreten Gesetzesvorschlag bringen, dass Sie keine ausformulierten Vorschläge, wie es die SPD zu Oppositionszeiten gebracht hat, sondern lose Aufforderungen, schwammig formuliert. Wir handeln, wir legen ganz konkrete Gesetze vor, die den Bürgern und Bürgern helfen werden, Herr von Notz. Und wir machen das, weil wir von Einrichtungen wie etwa Jugendschutz.net wissen, dass YouTube, Twitter oder auch Facebook, YouTube muss sich ausnehmen, dort hat es sich gebessert, da bricht schon Panik aus bei den Grünen, dass eben nicht freiwillig gelöscht wird bei Twitter oder bei Facebook und dass wir eben nicht auf die Freiwilligkeit dieser Unternehmen setzen können. Und ich finde, wenn Unternehmen Milliardengewinne machen können, dann können wir es Ihnen auch zumuten, dass Sie Rechtsanwälte oder eine juristische Abteilung aufbauen, um dafür zu sorgen, dass Lügen und Straftaten im Netz nicht verbreitet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei ist wichtig zu wissen, schon heute gibt es die Unterlassungsansprüche. Daran ändern wir mit diesem Gesetz nichts, sondern wir sorgen dafür, dass diese Ansprüche auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Und die wichtigste Regelung ist dabei, dass wir eine Pflicht für die Unternehmen einführen, in Deutschland eine Zustellperson zu benennen, also eine Person, an die Zivilrechtsklagen, Unterlassungsklagen oder auch strafrechtliche Verfügungen der Ermittlungsbehörden zugestellt werden können. Wir müssen dafür sorgen, dass die Opfer in Deutschland ihre Rechte durchsetzen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eins ist auch wichtig klarzustellen, es geht nicht darum, es geht nicht darum, die Unternehmen zu verpflichten, zu bewerten, ob sie Löschungen vornehmen müssen oder nicht. Es ist ausdrücklich geregelt, dass eine Bußgeldbehörde, bevor sie ein Bußgeld verhängt, eine Gerichtsentscheidung einholen muss, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht. Und deswegen kann von einer Privatisierung, die auch wir selbstverständlich nicht wollen, überhaupt keine Rede sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Sanktion, das Bußgeld kommt, wenn kein systematisches Beschwerdemanagement, kein taugliches Verfahren zur Löschung von rechtswidrigen Inhalten geregelt wird. Und ja, auch wir schauen ganz genau darauf, dass dieses Gesetz klar und präzise formuliert ist. Und da haben wir schon einige Regelungen, einige Änderungen in der Gesetzesbegründung vorgenommen. Wir haben den Anwendungsbereich präzisiert. Es ist jetzt klar, dass Meldienste wie Gmx oder Web.de oder Bewertungsportale oder Berufsportale wie LinkedIn oder Xing nicht unter dieses Gesetz fallen. Wir sind da offen, das auch im Gesetzestext zu ändern. Das können wir gerne beraten. Wenn dort Regelungen erforderlich sind, dann machen wir das gerne zur Klarstellung. Und ein weiterer Punkt ist uns wichtig. Einen Auskunftsanspruch darf es nur geben, wenn ein Gericht dies anordnet. Bestandsdaten dürfen dann nur herausgegeben werden, wenn eine Rechtsverletzung vorliegt, wenn eine der Straftaten besteht, die wir im Gesetz abschließend und genau normiert haben. Und auch das ist eine Änderung, auf die wir uns schon verständigt haben und die wir in den Gesetzestext einfügen wollen. Das ist für uns in der SPD ein ganz wichtiger Punkt. Sie sehen, wir haben also eine ganze Menge an Kritik schon aufgenommen. Und für uns gilt hier der Zweifel, dass es im Zweifel für die Meinungsfreiheit zu entscheiden ist. Es darf nicht die Situation bei den sozialen Netzwerken eintreten, dass diese quasi im voreilenden Gehorsam im Zweifel aus Angst vor einer hohen Sanktion zurückschrecken und deshalb einen Inhalt löschen. Genau das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir eine klare Regelung ins Gesetz aufgenommen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD setzt sich dafür ein, dass in der digitalen Welt die gleichen Rechte für die Opfer von Straftaten und Verleumdungen herrschen, wie in der analogen Welt. Dazu brauchen wir ein Gesetz. Wir wollen dieses Gesetz. Wir sind bereit, in den Beratungen die eine oder andere Präzisierung möglicherweise auch im Gesetzestext vorzunehmen. Aber dass wir dieses Thema behandeln müssen, und zwar noch in dieser Legislaturperiode, da sollten wir uns doch alle einig sein. Es wird viel zu viel an Hass und an Hetze im Internet verbreitet. Und dagegen müssen wir vorgehen. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gesetz, das wir heute in erster Lesung im Deutschen Bundestag behandeln, hat ja schon, bevor es uns hier erreicht hat, eine ungewöhnlich breite Debatte in der Öffentlichkeit ausgelöst. Und ich glaube, wir sind gut beraten, die Einwände, die uns aus vielen Teilen der Gesellschaft erreichen, ernst zu nehmen und sorgfältig abzuwägen. Aber wenn man die Reden hier aufmerksam verfolgt, von Frau Sitte bis Herrn von Notz aus der Koalition, dann sind wir uns in der Bestandsaufnahme ja zunächst einmal eilig. Die derzeitige Praxis ist jedenfalls unbefriedigend. Viele soziale Medien haben sich zu Räumen entwickelt, in denen das Gesetz, das Recht, das unbestritten gilt, derzeit keine Anwendung findet. Dort wird gehetzt, dort wird beleidigt und dort wird Hass verbreitet. Häufig unter dem Deckmantel von Anonymität, meistens jedenfalls ohne irgendeine Konsequenz für die Täter. Und dabei haben die Betreiber von sozialen Medien ja ein Privileg. Anders als zum Beispiel Presseverlage haften sie nicht in vollem Umfang für die Inhalte, die über sie verbreitet werden. Das Telemediengesetz verlangt lediglich, dass rechtswidrige Inhalte unmittelbar gelöscht werden, sobald der Betreiber von ihnen Kenntnis erlangt. Und unsere ernüchternde Erkenntnis heute ist, dass viele Plattformen diesen Anforderungen überhaupt nicht nachkommen. Auf der Strecke bleiben dann die Nutzerinnen und Nutzer, die sich ehrverletzenden Angriffen völlig hilflos ausgesetzt fühlen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann erfährt man, es ist ein komplizierter Prozess, dass selbst eindeutig rechtswidrige Aussagen entfernt werden. Die Meldeportale sind zu kompliziert. Das Verfahren ist undurchsichtig. Und häufig gibt es niemanden, der am Ende als Ansprechpartner erreichbar ist. Hier entsteht dann der fatale Eindruck, dass strafbares Verhalten völlig sanktionslos hingenommen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, diesen Zustand, den dürfen wir als Staat und den dürfen wir als Gesetzgeber nicht länger dulden. Der Gesetzentwurf sieht jetzt verschiedene Maßnahmen vor. Wir haben es eben schon erfahren. Es gibt jetzt eine Berichtspflicht über den Umgang mit strafbaren Inhalten. Es gibt die Verpflichtung zu einem wirksamen Beschwerdemanagement. Es gibt einen Auskunftsanspruch der Opfer über die Bestandstaten der Täter. Und es gibt eine Bußgeldandrohung in empfindlicher Höhe bei Pflichtverstößen. Ich glaube, all das ist ein dringend notwendiges Signal. Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gleichwohl, und auch das will ich offen ansprechen, sehen wir bei einigen zentralen Punkten noch erheblichen Beratungsbedarf. Ich bin nicht sicher, ob die Löschverpflichtung, die die sozialen Netzwerke in völliger Eigenregie umsetzen sollen, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Und wir haben ja, Frau Kollegin Winkelmeier-Becker hat es angesprochen, schon in verschiedenen Bereichen des Medienrechts die Einbeziehung von neutralen und allgemein anerkannten Akteuren. Das könnten wir uns hier auch sehr gut vorstellen. Und für uns als Fraktion ist ein Punkt ganz wichtig. Wir müssen einen Mechanismus finden, der rechtswidrige Inhalte zielgenau erkennt und ebenso zielgenau beseitigt. Ohne dass dann durch eine zu weitgehende Löschpraxis sozusagen in vorauseilendem Gehorsam die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Wir stehen jetzt vor intensiven Beratungen. Und zur Wahrheit gehört, Herr Minister, es wäre gut gewesen, wenn Sie dieses Gesetz schon sehr viel früher vorgelegt hätten und wir für die Beratungen erheblich mehr Zeit gehabt hätten. Für uns gilt nun, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Aber wir wollen dieses Gesetz innerhalb der nächsten Sitzungswochen zu einem guten Abschluss bringen. Es geht hier um sehr grundsätzliche Fragen. Wie schützen wir die Wahrhaftigkeit in der öffentlichen Debatte? Wie kann sich der Rechtsstaat im digitalen Raum behaupten? Und vor allem, wie können wir Nutzerinnen und Nutzer wirksam vor Straftaten schützen? Herzlichen Dank. Das Wort erhält die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will das gar nicht alles wiederholen, weil ich jetzt eigentlich auch hasse, die Sätze, die da oft fallen, im Netz, noch kleiner bin ich nicht, Herr Präsident, danke, die da fallen, alle wiederholen zu müssen. Es ärgert mich auch immer wieder, was da systematisch passiert. Ich habe es selber erlebt, nicht nur erhasst, dass am Ende ein Generalstaatsanwalt auf den Satz, von Ihnen würde ich gerne ein Enthauptungsvideo sehen, da nicht als Beleidigung bezeichnet wird, obwohl ich mal sage, wie kann man einen Menschen sonst noch herabwürdigen. Ich habe erlebt, wie das ist, wenn einem Falschzitate, Fake News angeboten werden und wie lange man braucht, um die wieder zu löschen. Und deshalb sage ich, ja, sagen wir ja, da muss etwas getan werden. Und zwar, es muss etwas getan werden, damit das, was heute schon im Telemediengesetz deutsches Recht ist, auch umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Heißt aber noch nicht, dass es genau so getan werden muss. Sie kriegen Gegenwind. Sie kriegen Gegenwind. Ich brauche mich da gar nicht scheuen, habe Ihren Zwischenruf gar nicht ganz verstanden, aber wir sind als Grüne schon die ganze Legislaturperiode unterwegs in dieser Geschichte. Sie kriegen Gegenwind und sogar Gegenwind von allen Seiten, von der CDU, von der SPD, vom Journalistenverband, vom Richterbund, von Rechtswissenschaftlern und, 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 meine Damen und Herren. Und das sollte Ihnen eigentlich zu denken geben. Und da finde ich eigentlich das Verfahren, wir bringen mal ein Gesetz ein, das eigentlich vom Minister geschrieben ist, aber es kommt nicht als Regierungsentwurf, weil man den Bundesrat und seine Äußerungsfristen umgehen will, dann kommt es als Fraktionsentwurf. Das allein ist schon vom Verfahren her, meine Damen und Herren, nicht angemessen, will ich mal sagen. Nicht angemessen, obwohl wir sehen, wie dringend dieser Hass ist und dass er von einigen Organisationen auch systematisch mit politischen Absichten betrieben wird, um den Diskurs nach ganz weit rechts zu schieben. Man muss sich ja schon fast schämen dafür, dass Journalistinnen und Journalisten auch meinen, Political Correctness sei etwas Falsches. Also, wenn man die Würde achtet, Menschen nicht diskriminiert, ja, dann soll man sich schon schämen. Soweit ist der Diskurs schon gegangen, meine Damen und Herren. Das macht mir auch Angst und nicht nur Hate Speech und Fake News, meine Damen und Herren. Aber im Fakt reden wir um die Durchsetzung geltenden Rechts, um die Löschung rechtswidriger Inhalte. Ich meine, die Koalition hat die Chance verpasst, wirklich alle Interessen und Rechte der Betroffenen, Zuständigkeiten auch der Länder hier miteinander zu koordinieren. Vergessen wir nicht, für Jugendschutz, für Presse, für Medien sind die Bundesländer zuständig. Für die Schaffung neuer Staatsanwalts- und Richterstellen sind übrigens auch die Justizbehörden der Länder zuständig. Und man sieht ja, der Bundesrat wundert sich schon, meine Damen und Herren. Ich will ein paar Punkte sagen zu diesem Notice-and-Take-Down-Verfahren, das ja auch schon Pflicht ist, von dem wir auch sagen, so geht es nicht. Ich selber versuche seit, glaube ich, anderthalb Jahren oder so zu diesem Arvato zu kommen, die im Auftrag von Facebook ja diese Arbeit machen. Ich komme da gar nicht hin bisher. Immerhin wird mir angekündigt, ich käme da hin. Du fragst dich, also was haben die zu verstecken? Arbeiten die da gar nicht so gut? Also, es ist was zu tun und dieses Verfahren muss besser sein. Aber warum Parallelstruktur zum Telemediengesetz, meine Damen und Herren? Warum Löschen und Sperren, meine Damen und Herren? Warum unbestimmte Rechtsbegriffe? Und wie sollen die eigentlich konkret ausgelegt werden, meine Damen und Herren? Ich weiß, Herr Fechner, Sie haben es gesagt, es soll noch was nachgebessert werden. Aber jetzt komme ich mal zum Verfahren an der Stelle. Was ist das eigentlich für ein Verfahren, das nach anderthalb oder zwei Jahren runden Tischen zwischen Berichten und allem im allerletzten Augenblick dem Bundestag vorgelegt werden soll, in der Klammer mit der Notifizierung der Europäischen Union? Also, wenn wir auf neue gute Ideen kommen, könnten wir es nicht mal so gut verändern und gut sein, weil wir dann neu mit der Notifizierung anfangen müssten. Das ist doch eine Engführung eines parlamentarischen Prozesses und das angesichts der Tatsache, dass da Grundrechte tangiert werden, meine Damen und Herren. Ich halte das für kein gutes Verfahren. Grundrechte tangiert werden, was die Meinungsfreiheit anbetrifft, natürlich auch das Eigentumsrecht, was die Betriebe anbetrifft. Wir wissen nicht, für wen es gelten soll, welche zwei Millionen Nutzer, User sind denn gemeint, meine Damen und Herren. Die Löschfristen sind einseitig gemacht. Das heißt, wenn was falsch war, sehen Sie gar kein Verfahren vor, um es wieder einzustellen. Das ist ja in der Demokratie auch möglich, dass das mal passieren kann. Sie reden über einen Richtervorbehalt beim Drittauskunftsanspruch, aber es steht gar nicht im Gesetz, meine Damen und Herren. Ich meine, es gibt dringenden Beratungs- und Änderungsbedarf an diesem Entwurf, was die Fristen, was den Anwendungsbereich anbetrifft, was mit zu falsch gelöschten Punkten anbetrifft. Es gibt eine Erweiterung der Debatte, die sich um Prävention, Medienkompetenz, Bildung kümmern muss, weil nicht das Strafgesetzbuch und auch nicht die Ordnungswidrigkeiten alleine das, was hier gesellschaftlich passiert, lösen können, meine Damen und Herren. Und dafür brauchen wir Zeit, meine Damen und Herren, und die wollen wir auch haben. Und die nehmen Sie sich nicht, obwohl es um Grundrechte geht. Deshalb unsere Kritik an Ihrem Entwurf. Renate Künast noch mal für Bündnis 90 Grüne in dieser Debatte über Hasskommentare im Internet bzw. Maßnahmen dagegen. Und viele sind unzufrieden mit Ablauf und Inhalten. Für die SPD jetzt noch mal Lars Klingbeil. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Frau Künast Ministerin gewesen ist, muss es so gewesen sein, dass alle Kabinettsvorlagen von der Grünen-Fraktion eins zu eins durchgewunken wurden hier im Parlament. Ich glaube, die Große Koalition kann hier mit vollem Stolz sagen, wir reden noch mal über das, was aus dem Kabinett kommt und gucken uns genau an, ob man Dinge nachbessert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier über einen Bereich, der sehr sensibel ist. Ich glaube auch, dass bei vielen von uns Erkenntnisse gereift sind in den letzten Monaten. Und wir alle sind uns der Verantwortung bewusst über den Themenbereich, über den wir heute sprechen. Es geht um Meinungsfreiheit. Es geht auch um die Verantwortung, die der Staat, die wir als Parlamentarier tragen. Es geht um die Frage, ob wir es als Politik schaffen, diejenigen zu schützen, die von Hass und Hetze im Internet betroffen sind. Facebook ist heute quasi so etwas wie ein öffentlicher Raum. Und es geht auch um die Frage heute hier, ob der Staat dort Handlungsfähigkeit beweisen kann. Ich will Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch seit Beginn der Diskussion ja vieles passiert ist. Wir sehen eine gestiegene Sensibilität in der Bevölkerung. Wir diskutieren viel, nicht nur über offensichtliche Strafrechtsverletzungen, sondern auch über einen anderen Punkt, über das, was wir als Fake News bezeichnen und über die Frage, wie wir damit umgehen. Facebook kommt in Bewegung. Wir sehen, dass dort mehr Personen eingestellt werden, die löschen sollen. Wir sehen auch, dass Facebook anfängt, mit Journalisten zusammenzuarbeiten und genau zu gucken, was ist eigentlich wahr und wo sind Dinge falsch, die dort verbreitet werden. Und für die SPD-Fraktion kann ich sagen, für uns ist auch völlig klar, es geht nicht nur um Gesetze, wenn wir über all diese Dinge reden. Es geht auch um digitale Kompetenzen. Es geht um die Frage, wie stärken wir eigentlich die, die auch dagegen halten im Internet. Es geht über die Frage, wie können wir Fakten viel stärker auch herausstellen. Aber heute reden wir konkret über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ich kann für die SPD-Fraktion hier zusagen, wir werden die vielen Bedenken, die gerade im öffentlichen Raum stehen, wir werden sie ernst nehmen in den parlamentarischen Beratungen. Wir werden zuhören, wir werden uns die Dinge anhören und wir werden dann sicherlich auch an vielen Stellen nach einer gründlichen Debatte dazu kommen, dass wir Änderungen in diesem Gesetzentwurf vornehmen. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Schnelligkeit, weil die Legislatur bald zu Ende ist. Ich will hier aber auch sagen, es geht auch um Gründlichkeit und beide Dinge werden wir nicht gegeneinander ausspülen können. Herr Kollege Klingbeil, darf die Frau Rösner eine Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Kollege Klingbeil, dass ich eine Frage stellen darf. Nun gab es ja Anfang der Legislaturperiode das große Ansinnen der Großen Koalition, eine Bund-Länder-Kommission zur Regelung im Medienbereich auf den Weg zu bringen. Und da gab es auch eine Arbeitsgemeinschaft zur Plattformregulierung und zu Intermediären. Jetzt ist das aber leider schon abgeschlossen. Es gibt einen Bericht. Aber genau diese Thematik ist dort nicht mit aufgenommen worden. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man dort ein Gremium hatte, wo man intensiv auch diskutiert hat, wo man sich Sachverstand geholt hat. Und jetzt aber auf die Schnelle dieses Gesetzes durchgeboxt werden soll, wo die Länder eben gar nicht mit einbezogen worden sind. Das verstehe ich nicht. Und vielleicht können Sie mir diese Frage beantworten. Liebe Kollegin Rösner, es ist doch in der Tat so, und das wissen Sie auch als damaliges Mitglied der Enquete-Kommission und auch eine Kollegin, die viel in diesem Bereich unterwegs ist, dass wir digitale Entwicklungen haben, die uns manchmal in der Geschwindigkeit herausfordert. Und Sie haben zu Recht festgestellt, wir hätten dieses Thema in der Bund-Länder-Kommission diskutieren sollen. Wir haben es da leider nicht getan. Das Parlament war ja nicht direkt beteiligt. Aber es gibt jetzt diese Herausforderung, und wir müssen diese Herausforderung annehmen. Und für mich wäre es doch der falsche Weg zu sagen, nur weil die Legislatur jetzt kurz vor dem Ende steht, ignorieren wir diese Probleme und diskutieren das hier im Parlament nicht. Also wir müssen uns mit den Fragen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, auseinandersetzen. Und das tut die Große Koalition an dieser Stelle. Und ich habe gerade auch, als Sie sich gemeldet haben, gesagt, es geht um Gründlichkeit und es geht um Schnelligkeit. Und beides lässt sich für uns nicht gegeneinander ausspielen. Herr Präsident, ich will in meiner Rede fortfahren, und ich will vier Punkte einfach mal sehr deutlich machen für die SPD, die in den Verhandlungen jetzt in der Koalition und hier im Parlament sehr wichtig werden. Das Erste ist, dass im Gesetz eine Ausweitung der Auskunftsansprüche ohne Richtervorbehalt drinsteht. Das ist für uns eine rote Linie, die überschritten wurde und wo wir sagen, der Richtervorbehalt muss rein. Und wir brauchen eine Einengung des Auskunftsanspruchs auf einen engen Kreis von Straftaten. Das Zweite ist der Punkt der Bußgelder, den wir noch mal konkretisieren wollen im Gesetzestext, um deutlich zu machen. Es geht nicht um den einzelnen Post und die Frage, geht eine soziale Plattform damit falsch um, sondern es geht um das Vorhalten eines effektiven Beschwerdemanagements. Das wollen wir erreichen, dass das im Gesetz noch mal deutlicher wird. Der dritte Punkt ist, dass wir eine Klarstellung brauchen, welche Plattformen betroffen sind von diesem Gesetz und welche Plattformen nicht. Und der vierte, auch das kann ich hier für die SPD-Fraktion sagen, wir wollen die Möglichkeit der regulierten Selbstregulierung in den Verhandlungen hier im Parlament offen und ehrlich prüfen. Das sind vier Punkte, die uns sehr wichtig sind. Und ich will es auch noch mal sagen, es ist für mich ein Selbstverständnis, dass wir als Parlamentarier gucken, wie wir in guten Gesetzen auch noch mal nachbessern können. Und dann will ich aber etwas ansprechen, jetzt am Ende noch, was mich schon irritiert. Es gibt aus der Union viel Kritik. Es gibt viel Kritik am Minister, an dem, was das Kabinett vorgelegt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass heute auch hier im Parlament diejenigen aus Reihen der Union reden, die jemand sonst auf Spiegel Online nachlesen kann, wie sie dieses Gesetz kritisieren. Da ist denn Herr Kauder, der Herr Maas auffordert, das ganze Gesetz doch schneller auf den Weg zu bringen und es härter zu machen. Dann kommt seine Stellvertreterin Nadine Schön und sagt, das darf alles nicht so schnell gehen und das ist doch alles viel zu hart. Herr Zombeck schlägt vor, eine quasi staatliche Behörde einzurichten. Dorothee Bär, die als Staatssekretärin ihren Minister im Kabinett ja mitentscheiden lässt und anscheinend schlecht beraten lässt, sagt dann, sie lehnt dieses Gesetz ab. Das ist ein Hin und Her in der Union, was es schwierig machen wird, in den kommenden Wochen diese Punkte alle zu beraten. Ich hätte mir gewünscht, dass die Digitalpolitiker, die ja auch Kritik haben, heute hier zu Wort gekommen wären. Dann hätten wir diese Kritik nicht nur bei Spiegel Online gelesen, sondern auch mal hier im Parlament gehört. Herr Klingbeil, bevor es zu Ende ist, wollen Sie noch eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Gut, deswegen habe ich Sie jetzt unterbrochen. Dann habe ich noch mehr Zeit, ist auch gut. Frau Schön, bitte. Lieber Kollege Klingbeil, ich bin ja auch direkt angesprochen worden. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Unionsfraktion in dieser Frage immer eine einheitliche Meinung hatte, nachzulesen in unserem Positionspapier, was wir im Januar verabschiedet haben als Gesamtfraktion, wo all diese Punkte, die wir auch heute kritisieren, nämlich die Frage, wer prüft denn eigentlich, gibt es Verfahren der regulierten Selbstregulierung, wer ist überhaupt betroffen von einem solchen Gesetz, alle schon im Positionspapier drin standen. Und deshalb wäre es schön gewesen, dass das zuständige Ministerium aus den Positionspapieren, Ihre Fraktion hat ja auch eins gemacht, diese zur Grundlage des Gesetzes genommen hätte. Dann hätten wir viele Diskussionen, die wir heute haben, nicht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sagen, auch für Sie ist das Thema regulierte Selbstregulierung ein Thema. Auch Sie teilen die Kritik, die wir haben, an vielen Stellen. Frau Winkelmeier-Becker hat in Ihrer Rede diese Punkte aufgeführt. Und Hans-Jörg Durz wird für die AG Digitale Agenda sprechen. Von daher haben wir ein völlig konsistentes Meinungsbild innerhalb der CDU-CSU-Fraktion. Wir sind aber auch offen für Anregungen von außen, weil wir uns ja auch einig sind, dass es ein sehr komplexes, ein schwieriges Gesetz ist. Und wir alle gut beratend sind, wenn wir auch die Experten von außen und auch diejenigen, die etwa mit dem Thema regulierte Selbstregulierung schon Erfahrungen haben, auch hören und in unsere Beratungen mit einbeziehen. Und deshalb muss ich auch noch mal die Kritik wiederholen, dass es sehr schade ist, dass die Beratungszeit jetzt so kurz ist. Wir hätten uns einfach mehr Zeit gewünscht für dieses Gesetz. Aber es ist schön zu hören, dass die SPD-Fraktion bei vielen Punkten unserer Meinung ist. Und deshalb sollten wir die Zeit jetzt nutzen, das Gesetz zu einem guten Gesetz zu machen. Herr Klingbeil, bitte. Da freue ich mich drüber, dass sich beim geschätzten Koalitionspartner endlich eine Einstimmigkeit sozusagen im Thema andeutet. Und ich will noch mal sagen, für uns sind es vier Punkte. Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch, Bußgelder konkretisieren, deutliche Klarstellung, welche Netzwerke betroffen sind und Prüfung der regulierten Selbstregulierung. Wenn Herr Durz, der jetzt nach mir spricht, sagt, bei allen vier Themen machen wir einen Haken dran, dann würde uns das für die Berichterstattergespräche schon einiges erleichtern. Vielen Dank für's. Herr Klingbeil, stopp, stopp, noch nicht weg. Sie haben ja noch eine Sekunde. Ach so. Ja, bei manchen ist eine Sekunde ziemlich lang, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wollen Sie noch eine Zusatzfrage erlauben von Herrn von Notz? Ja, klar, gerne. Präsidentin, vielen Dank, Herr Kollege Klingbeil. Nach diesen Selbstgesprächen der Großen Koalition muss ich doch noch mal die Nachfrage stellen, weil ich es nicht verstehe. Wenn es so eine einheitliche Linie gibt in der Union, wie verstehen Sie denn, Herr Kollege, die Äußerungen der Kolleginnen Dorothee Bär und Jad Zombeck? Also, ich nehme da eine große Lücke zwischen Herrn Kauder, der jetzt leider nicht mehr da ist, und den beiden Kollegen wahr. Und gibt es da eine sozialdemokratische Erklärtheorie, wie es zu diesem Delta kommen kann? Ich bin ausgebildeter Sozialwissenschaftler, aber kein Sozialpädagoge. Insofern kann ich da nicht weiterhelfen. Ich habe nur gerade wahrgenommen, und das ist das wichtige Signal, dass die Union sich anscheinend dabei ist, zu einem auf konkrete Punkte, die wir in den Berichterstattergesprächen führen können. Das wäre für uns ein wichtiger Punkt, damit wir dieses Gesetz noch gründlich in dieser Legislatur abschließen können. Vielen Dank. Sie haben sich in den vergangenen Jahren extrem dynamisch weiterentwickelt und haben eine enorme Reichweite. Beispielsweise nutzen Facebook mittlerweile weltweit 1,9 Milliarden Menschen. In Deutschland nutzen das Netzwerk etwa 25 Millionen jeden Monat. Mit dieser Entwicklung einher geht eine spürbare Veränderung des öffentlichen Diskurses im Netz sowie in der Gesellschaft insgesamt. Neben all den positiven Aspekten sehen wir leider zunehmend auch Beleidigung, Hass, Diskriminierung, Aufruf zu Hetze, ja, sogar Mord. In den letzten Wochen und Monaten waren immer wieder Videos von Gewalttaten auf Internetplattformen veröffentlicht worden. So schlimm, dass man sie gar nicht beschreiben will. Nach der Veröffentlichung eines Mordvideos auf Facebook hat Mark Zuckerberg kürzlich Konsequenzen zugesagt und die Einstellung von Tausenden zusätzlichen Mitarbeitern angekündigt, die löschen sollen. Bereits heute müssen, wir haben das mehrfach gehört, soziale Netzwerke rechtswidrige Inhalte löschen, wenn sie Kenntnis davon erlangen. Die Diensteanbieter kommen dieser Löschpflicht zwar grundsätzlich nach, allerdings nicht in dem erforderlichen Umfang und vor allem oft viel zu spät. Dabei spielt insbesondere der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Auch wenn rechtswidrige Inhalte relativ zeitnah gelöscht werden, haben sie bis dahin möglicherweise schon Hunderttausende Menschen gesehen, kopiert und weiterverbreitet. Empirische Daten belegen, dass trotz der rechtlichen Verpflichtung oft zu wenig passiert und rechtswidrige Inhalte zu lange im Netz verbleiben. Aus diesem Grund hat Justizminister Maas zunächst das Gespräch mit den Diensteanbietern gesucht. Es wurden runde Tische organisiert, sogar eine Taskforce eingerichtet. Aber auch diese Bemühungen über die Selbstverpflichtung der Anbieter, eine Verbesserung zu erreichen, haben nicht den dringend notwendigen Erfolg gebracht. Es kam zwar Bewegung in die Diskussion, der Druck zum Handeln wurde erhöht, aber bislang ist viel zu wenig passiert. Als Unionsfraktion haben wir uns intensiv mit der Entwicklung von und auf sozialen Medien auseinandergesetzt. Wir haben einen Fraktionskongress zum Thema Hassrede und Fake News veranstaltet, mit Wissenschaftlern und Experten diskutiert und anschließend ein Positionspapier entwickelt. Wir sehen, dass wir der Entwicklung nicht nur, aber eben auch mithilfe gesetzlicher Regelungen begegnen müssen. Das Positionspapier ist für uns Grundlage dafür. Das steht seit Januar dieses Jahres. Auf dem Fraktionskongress ist von Volker Kauder bis Thomas J. Zombeck und Nadine Schön waren alle anwesend, tragen alle dieses Positionspapier mit. Das ist Grundlage, und da gibt es Einigkeit in der Union. Bei der gesetzlichen Regelung haben wir das klare Ziel, wirksame Verfahren zu implementieren, um strafrechtlich relevante Inhalte zu identifizieren und die Rechtsdurchsetzung zu stärken. Es gilt aber auch, die oftmals schwierige Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten sicherzustellen und sehr genau darauf zu achten, dass die Regelung nicht eine Eigendynamik zu Lasten der Meinungsfreiheit auslöst. Ein Löschen auf Vorrat darf und wird es mit uns auch nicht geben. Aus dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte ich drei Punkte herausgreifen und die Frage stellen, ob die grundsätzlich gute Absicht des Gesetzes auch tatsächlich zu einem guten Ergebnis führt. Da wird der Herr Kollege Klingbeil einige Punkte sehen, bei denen er auch Änderungsbedarf angemeldet hat. Erstens werden wir uns den Anwendungsbereich ansehen. Also, wen betrifft das Gesetz? In § 1 steht, das Gesetz gilt für Telemediendienstanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ausgenommen sind soziale Netzwerke im Inland mit weniger als zwei Millionen Nutzern. Nach dieser Definition werden zunächst sehr viele Plattformen eingeschlossen. Nun wurde der Anwendungsbereich zwar in der Begründung bereits näher definiert, es stellt sich aber die Frage, ob dies ausreichend ist und nicht einer Klarstellung in § 1 bedarf. Ich meine schon. In der Begründung wird ausgeführt, dass mit dem Gesetz maximal zehn soziale Netzwerke erfasst werden sollen. Es muss aber eindeutig klargestellt sein, dass wir nicht beispielsweise E-Mail-Dienste oder Bewertungsportale oder auch innovative Geschäftsmodelle von Start-ups durch unverhältnismäßige Auflagen verhindern bzw. unmöglich machen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch über den Schwellenwert von zwei Millionen Nutzern sprechen. Es gibt Plattformen, die je nach Definition möglicherweise keine zwei Millionen Nutzern in Deutschland haben, aber durchaus gesellschaftlich relevant sind. Also ich denke, eine Konkretisierung des Anwendungsbereichs ist zwingend erforderlich. Der zweite Themenbereich, den ich herausgreifen möchte, sind die Qualitätsstandards. Im Gesetz werden vollkommen zu Recht Standards zum Umgang mit Beschwerden eingeführt. Standards aus dem Land, in dem Land, in dem die Dienste angeboten werden. Es ist absolut richtig, den Plattformen Qualitätsstandards abzuverlangen. Das ist auch ein zentraler Ansatz des Entwurfs. Er umfasst die verpflichtende Einführung eines Beschwerdemanagements, regelmäßige Berichtspflichten, die Verhängung von Bußgeldern bei Verstößen gegen die Berichtspflicht und das Fehlen von dem Beschwerdemanagement. Insbesondere halten wir die in Artikel 5 geforderte Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten für zwingend notwendig. Dies sind absolut sinnvolle Maßnahmen, übrigens alles Punkte unseres Positionspapiers. Diese Maßnahmen schaffen Transparenz und führen einen Mechanismus ein, wie mit Beschwerden umgegangen werden muss. Und drittens die meist diskutierte und zentrale Frage, wer entscheidet, was gelöscht wird und nach welchen Kriterien. Wie bereits erwähnt, sind Plattformen auch heute schon verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen, wenn sie Kenntnis davon haben. Dies geschieht bisher nach unternehmensinternen Kriterien auf eine intransparente Art und Weise. Und bereits diese bisherige Praxis ist zu hinterfragen. Denn wollen wir tatsächlich den Unternehmen die alleinige Entscheidung darüber überlassen, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht? Ich meine nein. Wir brauchen einen rechtsstaatlichen Mechanismus, der einer Entscheidung über die Löschung oder des Verbleibs eines Inhalts vorgeschaltet werden muss. Ein Mechanismus, der sicherstellt, dass die nicht eindeutigen rechtswidrigen Inhalte einer sorgfältigen rechtlichen Prüfung unterzogen werden. Er sorgt darüber hinaus für Rechtssicherheit auf Seiten der Betreiber und Nutzer und würde einer unverhältnismäßigen Löschpraxis vorbeugen. Aus dem Bereich des Jugendmedienschutzes kennen wir das Modell der Beschwerdestellen, die sehr erfolgreich mit der Justiz zusammenarbeiten. Und dieses Modell der regulierten Selbstregulierung, das von allen Rednern der Union bisher genannt wurde, kann ein Vorbild sein. Denn dies würde bedeuten, dass nicht die Plattformbetreiber entscheiden, sondern eine vom Staat kontrollierte und von den Unternehmen finanzierte Instanz. Diese prüft alle kritischen Sachverhalte mit geschultem Personal nach klaren Kriterien. Über solch ein Modell müssen wir im parlamentarischen Verfahren reden. Ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, das liegt in vielen Fällen klar auf der Hand. In mindestens so vielen Fällen können sich aber hervorragende Juristen stundenlang streiten und am Ende zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Grenze zwischen der Meinungsfreiheit und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten ist oft fließend und bedarf einer eingehenden fachrechtlichen Prüfung. Die Intention des Gesetzes ist absolut richtig. Wir wollen und müssen eine Verbesserung bei der Rechtsdurchsetzung erreichen. Was rechtswidrig ist, muss aus dem Netz verschwinden, so schnell wie möglich. Opfer von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten muss zu ihrem Recht verholfen werden. Ein Löschen auf Vorrat darf und wird es mit uns aber nicht geben. Vielen Dank. Hans-Jörg Durz war das, meine Damen und Herren von der CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Er hat noch einmal sehr deutlich gemacht, wo die Position der Unionsfraktion ist und auch wo sie sich abhebt von der des SPD-geführten Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Die Opposition, wiederum der Opposition, gingen die Entwürfe hier, die Vorlagen nicht weit genug. Letztlich geht es um die Frage, wie weit die Kontrollgewalt und das Zugriffsrecht des Staates gehen sollen und dürfen. Das wird jetzt im zuständigen Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beraten werden. Man darf davon ausgehen, dass das Gesetz, das aus dem Ausschuss dann kommt, ein anderes sein wird als das, was hineingeht.